Kann mir einer erklären, was gestern passiert ist? Abi? Mein Gott, wir haben gestern Nacht geheiratet? Ähm... Wenn schon, denn schon. Dann will ich auch einen richtigen Honeymoon. Ich liebe dich, Täubchen. Willkommen in Gatito, Mexico! Hola, Senor y Senora Maddox! Arriba, arriba, arriba! Du bist fast über die Türschwelle. Ah! Gar nicht barbarisch! Die Blumen waren so süß, unsere Initialen. T und A, weil bei dir beides stimmt. Eure Ehe fängt schon ganz falsch an. Na, willst du etwas Spaß? Es geht nicht um seine Bedürfnisse. In eurer Ehe geht es um deine Bedürfnisse. Und missachte nie die Macht deiner B... Miau! Sag mir, dass das da nicht Abby ist. Ah! Und wie das Abby ist. Ah! Wolltest du nicht zur Maniküre? Oh! Was machst du denn? Du hast gesagt, hier ist oben ohne. Das gilt aber nicht für Touristen! Lass mich! Ei! Im Ernst? Ich liebe dich, Täubchen. Das ist eine Pro- und Kontra-Liste. Um zu sehen, ob wir uns lieber wieder scheiden lassen sollten. Es steht auch schon was auf der Pro-Seite, weil du den Gewaltigsten... Wer hat den Gewaltigsten? Ah! Ich mag hier gern mein Revier. Ach, ey. Du erdrückst sie! Sie ist meine Frau! Sie hat den Tick immer abzuhauen und ich will das weder für mich noch für dich! Du sollst um sie kämpfen! Du erkennst sie nicht mal, wenn sie dir direkt ins Gesicht springt! Liebe! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du könntest Ja sagen. Adios, adios! Nein, danke!